Und da gibt's einen Hunderter dafür. Ahahaha, gehen wir mal abwärts. Gib mir einen Feuerstopp. Ah, ich krieg keinen Feuer. Da bräuchte ich ne Greifenfeder. Alles wohl. FUCK! Da komm ich nicht ran, da komm ich nicht ran, da komm ich nicht ran, da komm ich nicht ran. Da bräuchte ich ne Greifenfeder um ranzukommen. Und da bräuchte ich irgendwas zum... Ah, da bräuchte ich irgendwas zum Bomben. Was ich im Moment nicht habe, Kaffee. Hm. Das ist schon die erste Tasse von, ähm, drei bis vier getrunken. Na egal. Geh ich erstmal weiter nach oben. Hm, ich weiß was hier kommt. Das werd ich nicht tun. Eine Bombe. Vielleicht schaff ich's ja rechtzeitig. Ich will's bezweifeln. Oh Gott. Hm. Ich glaub ich muss da draufdrücken. Ja. Ich muss draufdrücken. Ah! 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 Ich hab's auch gleich geschafft. Und da hab ich's auch gleich geschafft. Ja, ich stell mich grad scheiße an. Aber ich weiß, da kommt noch was ganz... Viel Schlimmes auf mich zu. Au! Und erst mal. Das heilige Schwert. Und da krieg ich gleich mal alles vollgeladen. Ja, das hab ich mir nicht gemeint. Oh, so jung und schon. Ärger mit den Riesen, nicht? Wir, die wir zaubern können, haben zwei Arten von Medaillons erschaffen. Die Medaillons können das Böse verwandeln oder es verschwinden lassen. Eine dieser Medaillons befindet sich in dieser Schatztruhe dort oben. Ich habe es selbst erschaffen. Du darfst es benutzen, wenn du willst. Schankedön. Wow. Ein Frostkristall erhalten. Klein, wie macht auch Mist. Erdmedaillon. Yes. Ein Earthquake. Ich werde euch sowas von kaputt haben, dann misst ich ja. Die. Ah, ha, ha, ha. Hört ihr seid? Blobs. Schwächliche Blobs. Ja. Hab ich euch in Blobs verwandelt? Das tut mir aber... Das war schon nicht leid. Ha, 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 ha. Oh ja, Hebras, Hügel. Jetzt geht's also los. Ruhig vergessen. Immer nach oben laufen. Scheiß auf rechts und links. Immer nach oben laufen. Scheiß auf rechts und links. Immer nach oben laufen. Scheiß auf rechts und links. Immer nach oben laufen. Ich will zum Hügel. Ich will nach oben laufen. Scheiß auf rechts und links. Ich will immer noch nach oben laufen. Und ich bin nach oben gelaufen. Man soll sich nicht vom Weg abbringen lassen. Möchtegern, Boss. Ah! Möchtegern, Boss. Ich hab was für dich. Ich hab was für euch alle. Ähm, wie kann die bewegen, während die so gestunt sind? Geil. Eat shit! Was? 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 Äh, Eintreffer. Was? Begrüßt auf herzlichst du den Selbstmordsoldaten. Ähm, der hat gerade Selbstmord begangen. Nur weil sein Hauptmann kaputt gegangen ist, oder was? Hallo? Was ist das für ein schwächlicher Soldat? Egal. Mit der wahrscheinlich niedrigsten Score überhaupt. Das sei denn, wir sind da so ein Skull drin. Oh, das war ja auch möglich. 100, 200, 150 und 300. Ha! Bits, 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 Bits. Nö, 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 nö. Und haben auch schon Level Nummer 1 wieder abgeschlossen. Jawohl. Und ich schicke mir Kaffee nach. Yeah! Yeah! Und Bits macht es und das zweite Level ist offen. Der Bergpfad. Ding, 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 ding. Ja, sicher. Ha! Ja, der Bergpfad. Der wird richtig schön scheiße. Was denn? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich kann auch alleine nach oben gehen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Schuhu, Link, auf dem Todesberg liegt ein riesiger Vogel mit einer Maske. Die kennen wir irgendwoher. Windwaker? Fragezeichen. Diese unheimliche Kreatur erschien nach dem Pfad, die den Berg gestürmt hatte. Die Bestie bedrängt sogar die ehrwürdigen Wächter des Berges. Das Volk der Gronen. Ich bitte dich, Link. Hilf den Gronen. Sie zählen auf dich, Link. Puhu! Hm. Mh, mh. Lecker Stollen. Du? Du, ich sterben, Vogelchen. Ja. Da komme ich zum Beispiel nicht rüber. Ja. Oh, Gott. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Hey, du, hilf mir mal. Willst du die Höhle? Das sind Wasserkrüge. Wirf sie, um das Feuer zu löschen. Genau. Wir dürfen jetzt Feuerwehrmann spielen. Ja. Link der Feuerwehrmann. So nenne ich die Folge. So. Löschen wir hier. Hm. Ich habe eine bessere Idee. Ich nehme mal vier Stück mit. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Ha. Hm. Das ist ja noch einfach. Hä? Egal. Wie konnte ich nochmal die Steinbrocken da umwandeln? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe nur vier. Das reicht. Okay, das reicht nicht. Du Scheiß. Leck mich! So. Ah! Ich bin blöd. Ich bin so elendiglich dämlich manchmal. Wehe! Yeah! So, mal wieder extrem alle was aufheben. Und, ob ihr es glaubt oder nicht, ich kann mit den Teilen in der Hand springen! Wow! Ich kann springen. So. Nur die Büssels den Krug werfen. Die anderen brauche ich vielleicht noch. Äh. Ja, egal. Hallo, Schattling! Was zum... Du kannst feuern. Hm. Hm. Hä? Ach, der hat das... Hat sich so gedacht. Ich guck, ich zeig dir nochmal, wie ich so schön mit meinem Stab feuern kann und dann hau ich ab und... Hä? Ach du! Du schon wieder! Ja! Genau, das war ja so schm... Hm, 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 hm. Das war ja die Scheiße hier. Nee, bevor ich hier irgendwas mach, wo ich eventuell noch einen Fehler brauchen könnte, mach ich das. Fuck! Na, was hast du zu sagen? Seit kurzem richtet man, äh, sichtigt man auf den Riesenvogel oben auf dem Todesberg. Tag vor Tag reißt der um die Bergespitze erst gigantisch. Und diese Maske, die er trägt, ist echt gruselig. Aber geh doch zu meinem Vater. Bestimmt würde er die Maske für dich zu schmettern. Hm, ich hab ne bessere Idee. Wie wär's, wenn ich meinen Hammer nehm und selber drauf kloppe? Lass mich raten. Ich wusste es. Ich wusste es. Na gut. Hol ich mir erst mal Bomben. Halb Bomben waren ganz oben. Dun 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 dun. Bombs. Ah, wenn nämlich nur einer draufsteht, ist es nicht schwer genug, damit das Ding weiter sinkt. Aber wo komm ich denn hin, wenn ich oben lang gehe? Ah, da komm ich hier raus. Da könnte ich ja gleich mal mit dem Hammer ansetzen. Ne, ich hab erstmal ein paar andere Sachen rauszufinden. Zum Beispiel, kann ich den mit der Bombe die Teile da freibomben? Kann ich nicht. Ich glaub, da brauch ich den Feuerstab dazu. Fuck! Das hat mich jetzt unnötig Zeit gekostet. Ja, fast unnötig. So. Hier, Geheimtür. Ich hab mich nicht vergessen. Ne, 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 ne. Ah, man wird fündig. Hm. Ah, lecker Kaffee. Da ist nix mehr. Genau, dann hol ich mal den Hammer. Den Hammer wohl für zwei. Ich weiß Gott nicht, das sieht lila aus, das sind 50. Na gut, mach ich's mal. Für 50 Frostkristalle werde ich jetzt Zeit auf mich nehmen, wie sonst was. Bin so dämlich. Komm, gib mir den Hammer. Da, 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 da. Hammer. Da, da, da. Ah ne, komm nicht du. Tod. Tod. und dann muss ich hier lang gehen ein großer raum da ist eine tür eine verschlossene tür ein lochender war eben was ich meine auch gut hier kommt gleich bomben spendiert dann brauche ich mir nicht die bomben zu holen die trage bauen fahrt ist die kürt wäre das ist nicht wert klar wasserkrüge burscht burscht bei ihnen sonst was die nennen was sagt man das brauchen wir noch nach näher auf mir auf den pist zu gehen da stört ich kann nicht nach unten ich wiederhole noch mal ich kann nicht nach unten das ist eine verarsche ich würde mich interessieren wie ich da hinten rankommen bombe so da gehts da lang und hier gehts da lang hm geil ich kann nicht zurück na gut dann eben nicht hm das ist irgendwie mies dann gehts eben nicht zurück dann könnt ihr mich halt mal kreuzweißer Lucas gehts bei uns auch dann gehts bei uns auch Vielen Dank.